Hallo, bravo Freunde, hier spricht euer Heiner Landwehr von den German Blue Flames. Ich stehe am Bass, bin also der Schwerarbeiter unter uns fünften. Klar, dass man da ab und zu ne kleine Pause einlegen muss. Natürlich mit ner Flasche Coke. Coke? Ja, Coke, schreibt sich C-O-K-E. Und ist deren aller Welt bekannte Rufname für Coca-Cola. Darüber gibt's übrigens nen duften internationalen Hit. Hier ist er. Coca-Cola, Coca-Cola, besser geht's mit Coca-Cola. Mach mal Pause mit Coke, denn es macht mir Spaß, was er bricht. Coca-Cola er bricht, überall zu jeder Zeit, besser geht es mit Coca-Cola. Prima, was? Als wir diesen Hit zum ersten Mal hörten, gefiel der uns auf Anhieb. Unsere Idee, den müssen wir auch mal bringen. Also, aufgefasst, Freunde, jetzt geht's rund. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Besser geht's mit Coca-Cola, mach mal Pause mit Coke. Denn es macht mir Spaß, denn es macht mir Spaß, ist meine Pflicht. Oh ja, Coca-Cola, erfrisch. Du hast Kiss, wenn du unterwegs bist, wenn sonst, besser geht es mit Coke. Und macht auch gut, sei frisch und froh. Was man tut, geht immer gut. Wenn es mit Coca-Cola, mach mal Pause mit Coke. Oh ja, 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 oh ja. Wehe Coca-Cola, mach mal Pause mit Coke, denn es macht mir Spaß, ist man erfrisch, oh ja, Coca-Cola erfrisch, ja, zu Hause geht's besser, besser geht es mit Coke, magst auch schon sein Frisch und Brot, das macht sich nicht immer gut, besser geht's mit Coca-Cola, mach mal Pause mit Coke, oh ja. So, das wär's für heute, noch einen kräftigen Schluck Coca-Cola und damit auf Wiedersehen Freunde und denkt daran, wenn ihr irgendwo Coke bestellt, dann könnt ihr verlangen, dass ihr Coca-Cola bekommt und nichts anderes. So, das wär's für heute, noch einen kräftigen Schluck, das wär's für heute, noch einen kräftigen Schluck. So, das wär's für heute, noch einen kräftigen Schluck, 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 das wär's für heute, noch einen kräft